Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und das im Umkreis schönste und größte am dritten Adventssamstag auf dem Mittweida-Markt. Ja, auch in diesem Jahr wird der Lichterglanz wieder stattfinden, dieses Jahr allerdings am Samstag, dem 16. Dezember. Die Geschäfte werden bis 18 Uhr geöffnet haben, werden viele Überraschungen für sie bereithalten und als Höhepunkt wird es 18 Uhr auf dem Marktplatz ein großes Feuerwerk geben. Die Kunden können sich jetzt schon darauf einstimmen und sich an der großen Mittweida-Aktion Umkugeln und den laufenden Umkugelrätsel beteiligen. In vielen Schaufenstern und Geschäften stehen bunt geschmückte kleine Tannenbäume, die von den Kitas und von den Horts der Stadt sehr, sehr schön geschmückt wurden. Also vielen Dank auch nochmal dafür. Und in diesem Rahmen finden auch zwei Rätsel statt. Und zwar gibt es ein Rätsel für Erwachsene und eins für Kinder. In verschiedenen Geschäften gibt es Rätselstationen, dort kann man Fragen beantworten und es gibt dann auch die Kärtchen zum Ausfüllen. Unter www.mittweida.de finden Sie auch die Stationen, wo die Rätsel ausliegen. Und am Lichterglanz am 16. Dezember um 17.30 Uhr findet dann auf dem Marktplatz die große Verlosung der Preise statt. Zum vierten Lichterglanz in Folge öffnen viele Mittweida Geschäfte durchgängig bis 18 Uhr ihre Ladentüren. Sie laden ein zu Bummel und Besorgungen in der Heimatstadt, kurz vor dem großen Fest. Beschaulich fern von hektischer Trängelei und dennoch in größter Auswahl bei besonders persönlicher Beratung. Auf dem Markt sorgt die Gaststätte Moritzburg ab 14 Uhr für genussreiche Verpflegung und Glühwein. Mit dem großen Feuerwerk um 18 Uhr auf dem Markt geht das Aktionsjahr des Gewerberings Mittweida zu Ende. Ja, ich denke es war ein erfolgreiches Jahr. Die Aktionen sind mit einem guten Ergebnis alle zum Abschluss gekommen. Ganz persönlich für den Gewerbering war auch sehr schön, dass wir zwei neue Mitglieder für den Vorstand gewinnen konnten. Das gibt uns wieder mehr Kraft und auch mehr Möglichkeiten, Aktionen vorzubereiten. Und wir wollen natürlich auch gerne im Jahr 2018 wieder Aktionen zum grünen Mittweida durchführen. Im Namen aller Mittweida-Gewerbetreibenden wünscht der Gewerbering eine schöne Adventszeit.